Wer in Grächen wilden Après-Ski heisse Partys und flippige Discos sucht, der sucht vergebens. Bei zwei Dansings und ein paar wenigen Bars ist die Gefahr der Reizüberflutung nicht allzu gross. An schlagzeilenträchtigen Ideen fehlt es im romantischen Walliserdorf auf der Sonnenterrasse dennoch nicht. Alljährliche Aktionen oder Gags, wie die Einheimischen salopp sagen, sorgen für Medienpräsenz. So etwa das Bezahlen der Fahrpreise nach Gewicht oder der eigens gedruckte Grächendollar. Grächen verfügt über 6000 Gästebetten in Dreisternhotels, Chalets, Ferienwohnungen und Gruppenunterkünften. Ein Versuch, luxuriösere Viersternhotels zu betreiben, ist kläglich gescheitert. Die Noblesse und die betuchte Klientel fährt an Grächen vorbei. Das Feriendorf lebt im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Dennoch besteht die Einsicht, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. Es wird weniger gebaut und neue Großprojekte sind nicht in Sicht. Die Devise heisst Gemütlichkeit und Geselligkeit in Kombination mit Breitensport. Über 17 Millionen Franken sind in den letzten Jahren in Bergbahnen und Beschneiungsanlagen investiert worden. Grächen bietet auf der Hälfte der 40 Pistenkilometer Schneegarantie. Eine Wintersaison ohne Schnee wäre für Grächen ein Desaster. Alternativen zum Skifahren sind vorhanden. Das Angebot bleibt aber überschaubar. In Grächen ist eben alles etwas kleiner. Wir kommen ja nur zum Skifahren hier. Vielleicht das Skigebiet ist ein bisschen klein. Wir waren jetzt gar nicht vorhanden mit den Kindern. Also da denke ich, ein anderes Skigebiet ist schon mehr los am Ort. Ich weiss nicht, es gefällt mir einfach da. Sie haben sich in den letzten Jahren wahnsinnig verbessert in den Bahnen. Also mir hat das jetzt auch verschäumt gefallen. Es ist für alle etwas. Grächen hat sich auf kein bestimmtes Kundensegment festgelegt. Am liebsten würde man gerne allen gefallen. Eine Ausrichtung, man setzt auf Kinder und familiäre Harmonie. Wer als Kind schon mal hier in den Ferien war, soll als Erwachsener wiederkommen. Die Tourismusmacher bieten den kleinen Gästen spielerische Animationsprogramme. Die Eltern können sich entlasten und was nicht weiter erstaunt, sie loben Grächens Kinderfreundlichkeit. Die Skischule ist sehr gut für die Kinder. Er geht jetzt zum dritten Mal in die Skischule schon. Dann hier in dem Kinderparadies, hier oben auf 2200 Meter Höhe. Der Kindergarten ist also für Kinder optimal. Also meine Töchter würde jetzt sagen, mega stark. Grächen setzt bewusst auf das gesunde Mittelmass. Die verrückte Alpenparty findet nicht statt. Und Disneyland liegt weit entfernt. Die Chalet-besitzenden Grosseltern wissen es zu schätzen. Musik Zwei Zwanzg